Hallo aus Moskau! Ein beliebtes Thema in der deutschen Presse ist die Zusammenarbeit zwischen deutschen Rechten und offiziellen russischen Stellen. Auch die richtig großen Nachrichtenanbieter wie der Spiegel oder die Tagesschau schreiben hierüber fleißig. Wenn ich hier schon in Moskau lebe, kann ich doch eigentlich mal solchen Meldungen auf den Grund gehen. Wie eine der Tagesschau. Dort tauchen Namen auf, die in Russland wirklich promeniert sind. Über einen Mittelsmann namens Kofner sollen dort die Gorchakow-Stiftung und das MGMO, eine bekannte Hochschule, aktiv gemeinsame Sachen mit deutschen Rechten und Rechtsradikalen machen. Im Kuratorium der Hochschule sitzt Russlands Außenminister Lavrov. Diese Meldung hat mich gewundert, denn die Stiftung und die Hochschule sind sehr angesehen in Russland und ihre Aufgabe ist es auch nicht in Deutschland Politik zu machen. Also habe ich mal nachgeschaut und nachgefragt. Was stimmt? Der Mittelsmann Kofner war an dem MGMO Student und sein rechtes Netzwerk ist Teil der Eurasian Clubs, der früher an der Hochschule residierte und dann ausgezogen ist. Deswegen wird dem MGMO als russische Kontaktadresse angegeben. Die Hochschule selbst betrachtet die Kofners Leute nicht als Partner. Es führt seine Partner online auf und sie sind nicht dabei. Die Gorchakow-Stiftung habe ich dann um ein Gespräch gebeten. Dort hat man mich an einen Freundeskreis der Stiftung weitergeleitet, denn mit der ganzen Sache habe man nichts zu tun und Kofner sei nur im Freundeskreis aktiv. Was ist so ein Freundeskreis? Das sind Runden von Experten mit verschiedenen Ansichten, die miteinander diskutieren. Und dieser Kofner ist einer davon, ein wirklich sehr rechter Experte. Weder finanziert die Stiftung diesen Kreis, noch haftet sie für die Meinung oder Statements ihrer Mitglieder. Für mich entsteht da der Eindruck, dieses rechte Netzwerk möchte gerne mit seinen Moskauer Kontakten angeben. Wirklich an einer wichtigen Position sitzt es in Russland aber eigentlich nicht. Seine Kontakte sind nicht herausragend, auch wenn es die Rechten eben so gerne wie ihre Gegner bei der Tagesschau so darstellen. Weder die Gorchakow-Stiftung noch die Moskauer Hochschule wollen offiziell mit ihnen zu tun haben. Aber ich kann natürlich als junges und unerfahrenes Mädchen auch falsch liegen. Also habe ich mich in Moskau mal mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung getroffen. Die gehört zur deutschen Linkspartei und da müsste man doch wissen, ob die Russen momentan vor allem oder lieber mit Rechten kooperieren. Meine Gesprächspartnerin war Kerstin Kaiser von der Moskauer Abteilung. Sie sieht schon Kontakte zwischen russischen Stellen und nationalistisch orientierten rechten Parteien im Besten, aber hat dafür einen einfachen Grund. Es gibt Erklärungen dafür, dass auch russische Politiker mit europäischen Parteien sprechen, die nationalistische Forderungen oder auch rassistische Forderungen vertreten, weil sehr oft im Augenblick in der EU ein Boykott besteht und eben Gesprächsfäden abgerissen sind. Könnten rechte Kontakte der Russen eher ein Ausweichen sein? Wie läuft es denn mit Veranstaltungen der Stiftung unter russischer Beteiligung? Kommen die nicht mehr und gehen nur noch zur AfD? Es gibt aber regelmäßig Begegnungen. Wir haben auf den Veranstaltungen der Luxemburg-Stiftung immer russländische Parlamentarier zu Gast und sie kommen nach wie vor. Und ich möchte auch diese Begegnungen eher verstärken. Also ich denke, das muss man intensivieren, weil Dialog ganz wichtig ist im Moment. So gibt es also rechte Kontakte, sie sind oft gar nicht so anders als etwa zwischen deutschen und französischen Rechtsparteien. Sie genießen aber weder Exklusivität noch sitzen an so entscheidenden Stellen, wie man in Deutschland gerne unterschwellig suggeriert. Aber sie blühen dadurch auf, dass im Gegensatz zu den von mir besuchten deutschen Stiftungen, andere Deutsche in Moskau nur Kontakt zu denen suchen, die unter den Russen ihrer eigenen Meinung sind, egal eine wie kleine Minderheit das dort ist. Wenn andere Deutsche wollen, dass wichtige Russen nicht so oft mit deutschen Rechten reden, sollten sie am besten selbst mit ihnen sprechen, anstatt Buschall-Stimmung gegen sie zu machen. Hierbei will ich nicht beistreiten, dass Journalisten von russischen Staatsmedien gemeinsam mit Rechten in Deutschland Stimmung machen. Dazu brauchen sie aber keine Geheimbefehle aus dem Kreml, denn vieles ist ein Produkt der Einstellung von Redaktionen und Journalisten. Weitere aktuelle Videos von mir aus Moskau findet ihr unter dem oben stehenden Link. Mich gibt es immer freitags im Wechsel mit Anne Nikonova. Abonniert Russland TV bei YouTube, dann verpasst ihr nichts Wichtiges. Bis bald! – – Bis zum nächsten Mal.